Na moin! Und am letzten Video gab es ja einige Kommentare über diesen wundervollen, legendären Ort hier. Wir haben in den letzten fünf Jahren oder so hier echt viele Videos gemacht und da ist es echt mal an der Zeit, diesen wundervollen Ort mit einem kleinen Special zu Ehren und gewidmet sei es. Remy Gaillard, merci pour l'idée, c'est très simplement et génial, comme vous. D'accord, amusez-vous bien avec la nouvelle Video. Sous-titrage ST' 501 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 Musik 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 Kommen Sie doch rein, junge Frau, ich habe Ihnen einen ausgezeichneten Chianti. Die Kommen Sie doch rein, ich habe Ihnen einen Kommen. Yo, ihr Hoden-Schlümpfe, das waren fünf Jahre Fahrstuhl-Pranks. Vielleicht kanntet ihr ja noch nicht alle. Eine kleine andere Sache noch, ein paar von euch haben es schon gerafft. So in dem einen oder anderen Video war der Davis Schulz mal zu sehen. Der geistert jetzt vielleicht ab und zu öfter mal in einem Video von uns rum. Der ist nämlich gerade zu Besuch in Weimar und spielt hier gerade ganz fröhlich mit seinem scheiß Tennisball. Du sollst arbeiten, Junge! Davis, juhu! Oh, du Assi! Okay, ja vielleicht sieht man den jetzt mal öfter. Aber nee, der ist gefeuert jetzt.